Hi, Michael hier von Endlich Jura. Confession vorab heute in diesem Videopodcast. Ich habe in 14 Jahren, hätte ich beinahe gesagt, 14 Semestern Jurastudium keinen einzigen funktionierenden Lernplan gehabt. Im Jahr 2012, Alter, ist das schon lange her, drückte man mir bei einem durchaus bekannten kommerziellen Repetitorium eine riesige Tabelle mit sehr vielen Zeilen und ebenso vielen Spalten oder sogar noch mehr in die Hand. Und darin stand wirklich Woche für Woche, Tag für Tag, wann ich was zu lernen habe. Ich hätte wirklich genau gewusst, an welchem Tag, in welcher Woche ich welches Fach bearbeiten muss. Ich wusste exakt, was zu tun war. Und habe ich es gemacht? Natürlich nicht. Ich saß dann da am Schreibtisch, meinetwegen war es ein Montag, unser Lieblingstag, und habe mir das Skript des Fachs der Woche angesehen. Den nehmen wir an, es war BGBAT zum damaligen Zeitpunkt. Und dann habe ich das getan, was du hundertprozentig auch schon mal gemacht hast. Erzähl mir nicht in den Kommentaren, du hättest es noch nie gemacht. Ich habe mir die Gesamtseitenanzahl des Skripts angesehen und das durch fünf geteilt und gesagt, komm, so viele Seiten liest du pro Tag. Und dann hast du das Rechtsgebiet ja verstanden. Und ganz ehrlich, jedes Kind weiß, dass es so einfach nicht geht, dass es so nicht funktioniert. Man muss all diese Wissenselemente aus dem Skript eben auch noch verstehen, organisieren, natürlich später auch behalten. Es war völlig illusorisch, mir vorzumachen, dass ich 35 Seiten pro Tag in einem Skript lesen könnte. Und das ändert natürlich nichts daran, dass man trotzdem die ganze Zeit versucht, neue Anläufe zu starten. Also von vorn zu beginnen, aufzuholen, wieder in den Plan zu kommen, was weiß ich. Jedenfalls mindestens oder allerspätestens zwei Wochen später, wahrscheinlich schon nach den ersten Tagen, nach der ersten Woche fällt das Ganze wieder in sich zusammen. Man ist wieder da, wo man am Anfang war, nämlich bei BGBAT in meinem Beispiel. Zu welchem Schluss komme ich? Also Lernpläne, jedenfalls so, wie sie von herkömmlichen Repetitorien und Unis ausgeteilt werden, wie sie gepostet werden bei Social Media, sei es bei Instagram, bei LinkedIn, was weiß denn ich. Das, was du momentan so an Lernplänen zu sehen bekommst, das ist meines Erachtens eins der größten Kartenhäuser herkömmlicher Examensvorbereitung. Aber gut, ich bin dankbar, auch wenn das heutzutage weird klingt, damals diese Erfahrung gemacht zu haben, weil ich dann ja bessere Tipps und Tricks an dich weitergeben kann. Und wir wissen aus der Forschung, das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, mit Hilfe von Fehlern lernt man immer noch am nachhaltigsten. So wie es heißt, never change a winning team, so muss es also auch heißen, always change a losing system oder verrückt ist, wer das gleiche macht und andere Ergebnisse erwartet. Naja, jedenfalls kam ich damals nicht voran und das musste irgendeinen Grund haben. Und ich würde mir gar nicht mal mangelnde Disziplin vorwerfen, weil ich wirklich fleißig war. Also habe ich damals aus der Frustration heraus entschieden, das Konzept Lernplan, jedenfalls so wie ich es kannte, über Bord zu werfen und auf einmal alles anders zu machen. Und was soll ich sagen? Ja, Examensvorbereitung hat plötzlich sowas wie Bock gemacht. Ich bin gerne, jedenfalls lieber in die Uni gegangen, natürlich nicht jeden Tag und vor allem nicht samstags morgens zum Klausurenkurs, aber immer öfter hat es mir Spaß gemacht. Ja, aber was habe ich denn eigentlich dann gemacht? Was soll denn jetzt Spaß gemacht haben? Michael wirst du dich wahrscheinlich fragen. Naja, ich habe jeden Tag Original-Examensklausuren, also Altklausuren bearbeitet. Sie Satz für Satz gelesen und mir dazu meine Gedanken gemacht. Wenn ich über die Formulierung gestolpert bin, wie zum Beispiel E ist Eigentümer eines Grundstücks, das mit einem leerstehenden Wohnhaus bebaut ist, dann habe ich einen Moment gegrübelt und mir dann Notizen gemacht. Und zwar zum Beispiel ausschließlicher Gerichtsstand 29a Absatz 1 ZPO oder noch naheliegender vielleicht für dich wesentlicher Bestandteil 94.1 BGB. Und dann bin ich im nächsten Schritt hergegangen und habe das nachgelesen, was ich nicht verstanden habe. Wenn mir irgendwas im Sachverhalt nicht klar war, wenn ich was in der Lösung nicht gut genug erklärt fand, dann habe ich das nachgeschlagen. Aber eben auch nur das, was ich nicht verstanden habe. Dass die Rechtsfragen, die geeignet waren, einen Fall zu entscheiden. Also da, wo ich die großen Punkte vermutet habe. Und dann habe ich mir wieder einige wenige Notizen gemacht, die ich rückblickend wahrscheinlich zu selten wiederholt habe. Aber ich habe unbewusst vom sogenannten Kontext-Interferenzeffekt profitiert. Werd ihr jetzt hier irgendwo ein Video einblenden, habe ich nämlich auch mal schon was zu gemacht und konnte mir deshalb doch einiges ziemlich gut merken. Drei Monate später dann, nur drei Monate später, habe ich tatsächlich jede einzelne Examensklausur bestanden und im Zivilrecht sogar so richtig abgeräumt. Und das, obwohl ich nicht ein einziges Mal in einer meiner Lösungen, in meinen Gutachten irgendwas von umstritten ist, strittig, streitig, whatever, gefaselt habe. Und das lag schlicht daran, dass ich in meiner Vorbereitung keine Streits auswendig gelernt hatte. Dennoch hatte ich nicht das Gefühl, in irgendeiner Klausur wirklich auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Ich hatte nämlich eine starke Verlösungstechnik entwickelt. Ja, und während ich dir das hier erzähle, versuche ich zumindest gedanklich, einen dieser Lärmtage durchzuspielen, wie ich sie dir anfangs hier in dem Videopodcast skizziert habe. Ich versuche mich an etwas zu erinnern, was war, bevor ich diese alternative Strategie verfolgt habe. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, es gelingt mir einfach nicht. Ich habe jede Erinnerung daran vergessen oder vielleicht auch verdrängt. Ja, und was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Naja, Lernpläne bilden weder die Examensrealität ab, also das, was man im Examen tatsächlich von dir verlangt, noch sind sie mit gesicherten Erkenntnissen aus der Wissenschaft zum sogenannten Planungsfehlschluss vereinbar. In Kurzfassung, sie sind weit davon entfernt, der Hebel zu sein, der dich bislang von einer effektiven Examensvorbereitung abgehalten hat. Um das, was ich dir jetzt hier in diesem Videopodcast erzählt habe, dass du das auch wirklich in die Tat umsetzt, lass uns einmal für morgen schon deine nächsten Schritte bestimmen. Erster Schritt, schnapp dir morgen einen Fall. Zweiter Schritt, lies ihn Satz für Satz und mach dir deine Gedanken. Drittens, schreibe diese Gedanken auf. Viertens, oder wenn ich das jetzt hier mit meinen Fingern bei YouTube einigermaßen hinbekomme, wirst du das sehen. Viertens, gleich deine Gedanken mit der Lösung ab. Und fünftens, das ist wieder einfach, schlag nach, was problematisch ist. Je mehr Sachverhalten du dich in der Examensvorbereitung aussetzt, je mehr Altklausuren, Originalklausuren du analysierst und vielleicht auch skizzierst, desto besser wirst du ein Bild davon bekommen, was man nicht nur technisch, sondern auch thematisch von dir im Examen erwartet. Und das kann dir kein Lernplan dieser Welt abnehmen. Sei er von dir, sei er von einem Rap. Wenn du sagst, ich habe immer noch Schiss vor Examensklausuren, ich traue mich nicht an die großen Sachverhalte ran, ich kann diese Angst irgendwie selbstständig nicht überwinden, dann schau dir auf jeden Fall mal dieses Video hier an. Ich hoffe, ich deute in die richtige Richtung, in der ich erkläre, welche Methode wirklich hilft, um die Angst vor Examensklausuren zu überwinden. Wir sprechen uns ganz bald auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Billiong 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 Billiong